Okay, diesmal wissen wir, wir brauchen den Hund. Nimm den Hund! Und nimm dir das Ding mit. Ich kann nicht zwei Leute auf einmal nehmen. Oder Nummer eins ist ja mit. Kann ich nicht, das ist eine Benutzung. Oh fuck. Jetzt hoch! Sollten einmal springen. Das Ding kann ich mir noch nicht holen. Der ist grün, ne? Ja. Da muss jetzt genau aufpassen. Und jetzt? Ja, wir brauchen die Kugel. Und wie kriegen wir die? Ja, keine Ahnung. Wir haben die Kugel ja nicht, weil die unten festgehalten wird. Gibt's auch nicht, was wir aktivieren können in der Zwischenzeit. Hä, das macht gar keinen Sinn. Ne, macht's auch nicht. Gott, man kann's einfach so durchbeißen. Warte. Ich kann nicht springen da oben drüber. Wir wollen doch auch auf die Dinger. Aber wir müssen alle nach unten. Und dann auf die Dinger hier drauf. Aber... Wie soll das denn zu zweit funktionieren? Boah, ich bin der Hund aber wieder oben. Am besten den Hund aber direkt oben. Lass doch nur die Zeilen runter. Es ist halt scheiße. Ich bin absolut nicht weiß, wie es gedacht ist. Eieieieieiei. Ich rieche einen steifen Nacken, alter. Au. Wut? Wenn das da oben musst du mit dem Ding, musst du mit dem Ding zerstören. Stören. Komm nicht dran. Du musst hier kaputt machen. Oh Gott, da ist giftiger Nebel. Hätte ich dir sagen können. Oh, Hebel. Du weißt ja zweimal springen, ne? Die Hebelkacke! Du meinst doch eben auch, du musst zweimal springen. Ach so, ja, jetzt weiß ich nicht mehr. Warum kann der das plötzlich mit... Jetzt irgendwann der doch auch zerbeißen, das mit Strom. Nochmal wieder dasselbe. Diesmal schaffen wir es. Ja, wenn wir jetzt aufhören müssen wir ganz von vorne anfangen. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Ich wär's anders auch lieber. Mh. 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 du musst dann mit dem hund drehen wie willst du das denn machen wenn der hinten dann musst du den hund nehmen während ich mit dem typen rumhüpfe aber gott alter ist das merkwürdig ja bin ich auch gerade an dem punkt alter das habe ich bis jetzt überhaupt nicht verstanden so da kann du dir dicke durch ach nie erzähl keinen scheiß du musst die eine kiste so weit zurückziehen dass die andere runterfällt ich kann sie nicht weiter zurückziehen aus dem klingt der wie so ein volltrunkener vollidiot ja da gebe ich dir recht ja da bin ich auch rass ja da bin ich auch rass Ich mach du mal gerade hin und du weißt, wieso es geht. Okay, so. Bred? Ja. Ich muss ja eh mal erst die beiden Linger da wegschießen. Gott, da müssen wir mal einschlagen, Alter. Laufen. Okay, Hund oben lassen. Okay, ich wechsle. Ich hab doch nach links gedreht. Muss man das andere mit dem Timing nochmal neu machen? Alter, Stern wird hier richtig bestraft in dem Spiel. Okay. Wobei das mittlerweile ja geht. Ich putz den Hund an. Ja, stimmt. Mach ich gut, oder? Exquisimo. Oha. Okay, jetzt hab alle kurz schon mal um die Dinger. Okay, so. Hundy. Ich hab alle wieder raus, die Zeit schon mal um die Dinger. Okay, ich hab alle wieder raus. Ja, go. Okay, ready? Das ungelöste Rätsel. Würde ich hier sonst mit dem anderen gehen können? Ja. Ich hab schon aufgeregt. Du sollst es dir holen, Mario. Ich muss sagen, es kostet doch 99 Cent. Was tust du doch? Hör auf damit. Du hast nichts zum vorziehen, das ist da oben. Deswegen hab ich ja auch gerade versucht, das Ding da hochzuwerfen. Jetzt kannst du den Neatran mit bleiben. Ah. Ja. Ja. Dann kannst du es versuchen, da vorne in die Kuhle reinzuwerfen. Ich geh ein bisschen weiter an die Kante vielleicht. Oder so. Und jetzt? Das. Hund. Genau. Nebelst du den Mund, glaub ich. Kannst du den Mund nicht drauf. Was ist hier eigentlich da hinten mit dem Ding, wo du die Kugel reinwerfen kannst? Was da unten hängt. Beim Dicken. Da kommst du ja eigentlich nicht hin mit dem Typen. Kommt der Mund dahin? Nicht da durch. Nicht durch das Nebel. Das wäre aber die Kuhle. Das bringt nichts. Du kannst sie nicht werfen. Ah. Okay. Jetzt kannst du das Ding hochschieben. Okay. Das ist jetzt nur so gescheit. Okay. Okay. Bleibt direkt da. Los. Bring mich hoch. Mit dem Hund. Äh. Hund. Hoch mit dir, Dickerchen. Hey. Warum? Ich... Hä? Ich will das runterdrehen und nicht hoch. ich will das runterdrehen nicht hoch nein da wieso keine ahnung warum es nach links ist fragt mich die steuerung nicht gemacht wird das spiel hä viel zu kompliziert viel zu kompliziert und viel zu viel zu machen in ein paar sekunden ganz im geernst falls das irgendeiner von nico entertainment guckt der deutsch versteht warum macht das anders hauptsache keine kiste weil sich die tür schieben ja so kann ich schon wieder nicht wenn du noch näher an den spalt ran gehst kann ich nicht dann dreht er sich nach hinten das ist doch bullshit auf höchstem niveau ja 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 das ist doch eben auch geklaut was soll das denn das ist scheiße ich kann nicht näher dran weil da dreht er sich direkt nach hinten und dann kann ich nicht mehr rein ziehen das ist doch scheiße ist das doch kann man das überspringen was soll das nochmal ich laufen ich laufen so ruflieb oben ne doch wie dicker kommt nach unten hallo stopp hund ist lila warum machst du nicht vorher was ich hab doch gesagt stopp viel zu spät ich meine wenn du siehst dass ich mit dem hund loslaufe dann mach doch auch wieder lila ja 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 Okay. Okay, wie beiß ich? Mit vorstellen und x drücken, einfach. Da vorstellen, tut nicht weh, das ist kein Kussstrom. So, ähm, mit nem Hund... Muss ich da ruhig eins runter, ja. Er muss das hier jetzt machen. Ja. Dann müsstest du wieder nach oben katapultiert werden von mir. Mit dem anderen. Da war das auch mal verstanden, das Rätsel. Okay, das ist wieder das Schieben. Ressource war das hier, ja genau, genau. Oder das, wo das mit dem Durchwerfen so absolut scheiße gemacht ist. Wenn du diesen Gang so irgendwie einen Zentimeter kürzer gemacht hättest, wär's doch schon teilweise egal. Hä? Nein, das ist die Aktion hier. Ach, die, okay. So, Hündchen, schnell. Bin ich so gut im Boost mit dem Hund. Und los geht's. Scheiße, ich hab nicht gesehen, dass er schon unten war. Nochmal. Nochmal. Jetzt. Ich probier's noch das letzte Scheißding, ey. Was wir noch nicht ganz gelöst haben, bis dato ist schon weit gekommen. Naja, es ging, wir hatten's fast, aber ich krieg den Scheiß, das Scheißteil ja nicht mehr runtergeworfen. Ja, das ist, das ist, wenn das hier gegangen ist, wie gesagt, ich hab auch nix gesehen, dass das irgendwie kürzer machen könnte. Fuss juckt. Hm? Mein Fuss juckt. Oh, das ist ungustig. Es ist ungustig. Es ist ungustig. Bis zum nächsten Mal.